Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt der Rückrunde in der ersten Bundesliga. Wir tippen den 18. Spieltag in der höchsten deutschen Liga und schauen einfach mal rein, was uns der letzte Spieltag gebracht hat. Ja, einen Wechsel an der Spitze hat es gegeben. Wir haben Dennis mit 23 Punkten hier exakt getroffene Ergebnisse, drei Stück. Ja, Respekt auf jeden Fall dafür und ja, was soll ich sagen? Zwischenzeitlich sah es ganz gut für mich aus, da stand ich auf der 1, aber bei weitem nicht mit so vielen Punkten. Und jetzt bin ich sogar noch abgerutscht, denn Dominik konnte sich ebenfalls hier zwei Plätze sichern und bin jetzt hier punktgleich mit KSK und Daniel. Ja, wenn man das so machen könnte, wie bei gewissen Tippspielanbietern, dass man einfach vorher aussteigen kann, wäre eigentlich schon ganz angenehm. Klappt hier leider nicht, von daher muss ich mit meinen neun Punkten leben. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal besser als die letzten Spieltage gelaufen, sagen wir mal so. Und dann schauen wir mal, was der 18. Spieltag uns bringt. Wir beginnen mit Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, das große Borussenduell. Wir haben, ja, die Begegnung Vierter gegen Siebter. Und so klar, wie die Quote das eigentlich sagt, sehe ich es tatsächlich nicht. Denn Dortmund, ja, grandiose Auftritte im Grunde genommen hier gegen Wolfsburg und Leipzig noch gemacht. Dann gegen Mainz, ja, wieder komplett gestrauchelt und gegen Leverkusen ging einfach gar nichts. Gladbach jetzt ein knappes 1 zu 0 gegen Bremen. Ja, gut, aber gewonnen ist gewonnen, von daher ist das eben so. Ja, gegen Stuttgart noch in letzter Sekunde verbaselt und vorher gegen die Bayern gewonnen. Weshalb ich da schon ein bisschen die Gladbacher Borussia in Front sehe. Allerdings, ja, es kann natürlich, also, ja, gerade wenn ich das so sage, wird Dortmund gewinnen. Aber ich gehe jetzt einfach mal damit und sage Gladbach 1, Dortmund 0. Dann geht es weiter mit Leverkusen gegen Wolfsburg. Wir haben auf jeden Fall zwei Sieger des letzten Spieltags. Leverkusen, wie gerade schon angesprochen, gegen Dortmund gewonnen und Wolfsburg hat Mainz hier schlagen können. Das Duell Dritter gegen Fünfter, also auch, ja, sehr, sehr schön. Da hat man auf jeden Fall Bock drauf. Wird ein Schlagabtausch und am Ende heißt es 3 zu 2 für Bayer 04 Leverkusen. Dann haben wir Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Frankfurt kam über ein 2 zu 2 gegen Freiburg nicht hinaus. Steht jetzt auf der 8, Bielefeld auf der 15. Die haben gegen Stuttgart 3 zu 0 gewinnen können. Was ich schon so als kleine Überraschung gesehen habe. Und, ja, die Frage ist natürlich, können sie das auch gegen Frankfurt machen? Glaube ich nicht so ganz dran. Die werden Frankfurt 1 einschenken, aber 2 kassieren. 2 zu 1 Sieg für die Eintracht. Weiter geht es mit Augsburg gegen Union Berlin. Da sehen wir den 6. Union Berlin gegen den FC Augsburg auf der 12. Ja, beide am letzten Spieltag gegen den Tabellen Ersten bzw. den Tabellen Zweiten. 0 zu 1 verloren. Ich sehe hier aber wirklich Union Berlin vorne und sage 2 zu 0 für die Eisernen. Dann haben wir Freiburg, Stuttgart. Neunter gegen Zehnter. Die sind nicht nur geografisch nah beieinander, sondern auch in der Tabelle. So macht es mehr Sinn. Und, ja, was tippt man da? Ich mache mal ein 2 zu 2. Dann haben wir Mainz gegen Leipzig. Und, ja, was soll man sagen? Leipzig muss sich das Ding hier eigentlich holen. Und sie machen das auch. 3 zu 0 für RB. Dann haben wir Hertha gegen Werder Bremen. Beide verloren jetzt am Spieltag. Hertha gegen Hoffenheim und Gladbach gegen Bremen. Äh, Bremen gegen Gladbach verloren. So rum. Auch hier in der Tabelle, ja, direkte Nachbarn 13 und 14. Und irgendwie sehe ich Hertha aktuell so ein bisschen im Abwärtstrend. Was vor allem auch an den letzten Spielen liegt. Ähm, sind hier zwar noch Stadtmeister geworden. Aber mehr als dann der Sieg gegen Schalke war in den letzten Spielen einfach nicht drin. Und von daher würde ich ja fast schon behaupten, Bremen gewinnt 1 zu 0 in Berlin. Dann Schalke 04 gegen Bayern München. Wir erinnern uns alle noch an zehn Spielen. 8 zu 0 damals für die Bayern. Könnte natürlich ähnlich hoch jetzt laufen. Ähm, wenn Bayern nicht so Probleme hätte, wie zuletzt hier. Deswegen, ich bin gerade so ein bisschen unsicher. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Also, dass Bayern gewinnt, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Äh, Schalke schießt kein Tor. Und Bayern... Ja, komm, trauen wir ihm mal drei Dinger zu. Und dann geht es weiter mit Hoffenheim gegen Köln. Ja, die Siege am letzten Spieltag. Hoffenheim, wie vorhin schon angesprochen, gegen Hertha. Und Köln konnte in letzter Sekunde gewinnen gegen Schalke. Und Köln braucht diesen Sieg halt unbedingt, um da unten rauszukommen. Würde ihnen eine Menge helfen. Damit wären sie nämlich auf der... Ja, 14, beziehungsweise auf der 13, je nachdem, was Bremen macht. Ähm, puh. Aber ich glaube, die werden abgeschossen. Also nicht sehr hoch abgeschossen, aber das wird schon ein dominantes Spiel für Hoffenheim. 2 zu 0. Und dann war es das auch schon wieder. Wir haben dann für den 18. Spieltag folgende Ergebnisse. Gladbach-Dortmund 1 zu 0. Leverkusen-Wolfsburg 3 zu 2. Birnefeld-Frankfurt 1 zu 2. Augsburg-Union-Berlin 0 zu 2. Freiburg-Stuttgart 2 zu 2. Mainz-Leipzig 0 zu 3. Hertha-Bremen 0 zu 1. Schalke-Bayern 0 zu 3. Und Hoffenheim-Köln 2 zu 0. So, Tipp-Übersicht. Ja, wie auch schon in Liga 2 und 3. KSK und Daniel müssen tippen. Obwohl bei euch beiden wäre es mir jetzt ganz lieb, wenn ihr mal aussetzen würdet. Dann bin ich da nämlich ein bisschen im Vorteil. Aber, ja. Ja, und Königleif muss ebenfalls noch. Ähm, ansonsten haben alle soweit getippt. Hier unser guter Babagun, Babagun. Äh, wie auch immer man es jetzt genau ausspricht. Ja, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich demnächst mal der, äh, der Kickhammer kommen. Denn ich hatte ja eigentlich mal die Regel aufgestellt. Äh, drei inaktive Spieltage in Folge. Und dann ist es vorbei. Da sind wir, glaube ich, schon dran jetzt. Oder drüber. Ähm, sagen wir mal so, wenn bis zum, oder wenn am 19. Spieltag, keine Tipps sind. Dann wird's, äh, wird die Liste hier wieder ein wenig kürzer. Okay. Wenn ihr euch vielleicht noch in der Liste sehen wollt und die länger machen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Links zu allen möglichen Tippspielen hier, die auf dem Kanal laufen. Und, ähm, würde mich eigentlich, äh, würde mich sehr freuen. Nicht nur eigentlich. Es würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr da reinklicken würdet, euch anmelden würdet und dann hier mitmacht. Und, ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.